Modric Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen Achtung! BITCH! 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 Was macht der? Was macht der? Oh shit, nein man, ich bin da einfach im Mützen, oh geil War das ein billiges Scheiß Was macht der Tod? Das ist das Kacke Das müssen wir nochmal angucken, wie gesagt Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen meine Damen und Herren und Servus zu einem neuen richtig geilen Rizblee Und zwar, na erstmal mit dem Brassmaus Hey! Das hat er nämlich gerade herausgefunden, dass es doch voll cool sei, wenn er Hey! So seine Ansprache immer Wir haben hier was richtig geiles neues Format Und zwar, ihr seht es bestimmt schon im Titel Hä? Das Spiel habe ich noch nie bei dem gesehen Ja, wir, ich habe mir gestern eine Elgato Game Capture HD60 gegönnt Und ja, damit nehmen wir jetzt FIFA 15 auf der PS4 ab sofort auf Das wird so ablaufen, das wird kein standardisiertes Let's Play, was regelmäßig kommt Und wo es immer dasselbe sein wird, nein Wir werden immer mal wieder irgendwelche Modi auf diese FIFA 15 halt spielen Meistens wird es so sein, dass wir einfach gegeneinander normal dieses Anstoß machen Und auch mit anderen Leuten, mit anderen Freunden, zum Beispiel Tim, den ihr vielleicht von früher noch kennt Auf der PS4 natürlich, weil wir rich sind Ja, ultra Und ja, oder auch mal Ultimate Team und sowas Also alles mögliche werdet ihr auf alle Fälle mal sehen können Und gebt einfach mal den Daumen nach oben oder nach unten Oh! 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 Sag mal, hab da auch meine Scheißgeräusche, Mann! Je nachdem, wie euch dieses Projekt Entschuldigung Dieses Projekt euch halt in Zukunft gefallen wird So, jetzt spielen wir erstmal eine schöne Runde, ich in der Brows Das heißt, ich mag es auf jeden Fall nochmal ganz kurz aus Achso, der links ist er und der rechts bin ich Du musst bewegen Oh, hier So, also, wo ist ich? Ey, du bist auf Hey! Psst! Jetzt ignorierst, bitte Sorry, ich bin fähig Pass auf Alternativ Da kannst du bestimmt Ich will Alternativ Echt? Klassisch Falle Sag mal, Mensch, Mädel, lass mich doch in Frieden jetzt Sorry, wenn meine Freundin hat Kannst du garantiert dich zurückschreiben Mach ich denn, ich hab grad Das hat nämlich ganz gut Also, was nehmen wir denn jetzt für schöne Nimmst du Fragen reich? Echt? Irgendwas Mäßiges? Was? Also, ich glaub, ich nehm Real Madrid Ey, das ist Ey, halt einfach die Presse Wir haben vorher nämlich schon eine Aufnahme gemacht Die hat nur leider nicht funktioniert Wir wissen auch nicht, was los ist Wir haben ja schon ewig lang an dieser Elgato hier rumgebastelt Und alles rumprogrammiert Nein Dann nämlich wenigstens Wo ist denn Spanien, Mensch? Gott! Äh, wir haben ja die ganze Zeit probiert und alles Und es hat einfach voll gespackt Die Aufnahme hat nix funktioniert Und da haben wir einfach mal ein bisschen einstellungen geändert Und bis jetzt läuft's eigentlich gut Und ja, die Aufnahme ist natürlich Also, was ich nochmal dazu sagen muss Passt das so? Ja, ja Okay Weil, was ich noch Was ich noch? Es ist immer gut Ach, übrigens, dass ihr keinen Sound hört, ne? Sorry, liegt halt daran Wegen GEMA und so, ne? Wegen den Liedern Ja, ja Ähm, ja genau Wegen den Liedern Und dann noch Ähm Dara Äh, was ich noch sagen wollte Ich bin Ich und Bröse sind jetzt nicht die Oberspieler, ne? Wir gehen echt nicht ab in FIFA Also bitte keine schlechten Kommentare Hey, ihr seid ja eigentlich voll schlecht und so Äh Das wissen wir, dass wir echt nicht gut sind Das wissen wir wirklich So, und jetzt sollte das eigentlich auch schon wieder vorbei sein Und wir können den Sound wieder aufdrehen Auf 18 So, und jetzt hört ihr auch schon den Spiel Sound Und dann geht's los, meine Damen und Herren Merci Gleich mal vorpassen Rennen, rennen Oh Ich hasse es Ja, Rennen ist echt nicht gut, ne? Naja, das solltest du echt unten lassen Nur wieder Ich hoffe jetzt einfach so sehr, dass die Aufnahme funktioniert Alter, guckt ihr da Der fliegt aus Der große ist halt echt von der Lacker Der schießt immer von 30 Kilometern Es ist Skill Es ist jahrelanger Skill Alles klar Er schießt halt immer von ewig weit, ne? Und trifft halt auch voll oft, ne? Das ist echt übel manchmal Ich weiß da HG nur, wie ich stehen muss Weil ich das seit 2004 habe Ja Ja, ich meine Es ist FIFA war aber 2004 auf der GameCube Oh Ah Auf der GameCube, ne? Da habe ich auch noch einer rumstehen Hätten wir die alte Elgato gekauft Nicht die HD 60 Dann hätte ich mir Fuck Und Nachschuss Und Ah Noch schlechter als die Sabo Dann hätten wir auch GameCube-Spiele aufnehmen können Boah, weißt du, wie göttlich das für? Mario Party Mario Kart Ja, habe ich es nicht Ja, aber ich hatte alles Ich habe alles für 5 Euro verkauft Ich habe nur FIFA 98 oder so Heute hast du schon Slammler? Slammler Slammler wert Ich habe noch nicht GameCube, aber noch keinen Sammler wert Doch, GameCube-Spiele schon Nicht mal die Playstation 1 Ja, so richtig besondere GameCube-Spiele Aber jetzt nicht FIFA 98 oder so Was ich zum Beispiel habe Oh, schöner Pass, aber leider nicht gelungen Leider was? Weil ich ein Spasti bin Ultimate Team werden wir bestimmt auch mal aufnehmen Weil du bist zufrieden, oder? Ja, klar, du kannst ja mit dabei hoffen Machst heute mal ein Spiel Nicht mal ein Spiel Und wenn ihr wollt, können wir auch gerne Pack-Openings oder so Und scheiß machen, fuck, fuck Ich habe schon gesehen, wie der die Fahne geflickt hat Die sind alle so schwule Wir können fliegen in der Richtung Der geht Der geht einfach Der geht Der geht einfach So einen habe ich schon mal gemacht Du kennst das Video, ne? Nett Mit Dortmund Das war der Hammer Hinter der Mittelline Genau auf Keine Ahnung mit wem Genau auf den Torwart Und der Torwart lässt ihn einfach durch die Arme fliegen Alter Okay, knappe Version Wer ist sie? Hä? Aktion Knappe Version, okay Das ist die Version Alter, Alter Ah, schade Ja, ich habe schon wieder Rennen gedrückt Ich bin so gewöhnt, dass ich Sprinten drücke Und dann verkacke ich sie diesmal Ohne Du machst schöne Pässe Fuck Und der macht scheiß Pässe, Alter Okay, bis jetzt läuft es echt mit der Elgato Also bis jetzt läuft alles flüssig Dann kriegst du ein wirkliches Vollbildschirm Okay, das merke ich mir jetzt erst Weil vorhin haben wir eine 18-Minütige lange Aufnahme gemacht Das hat er einfach geleckt wie Scheiße Und gezappelt alles Also Pixelfehler Also war richtig, richtig komisch Wie so ein HDMI-Kabel, was nicht richtig drinsteckt Ja, aber Am Ende lag es wahrscheinlich doch daran, dass ich eben Vollbildschirm Ich muss in der Ball Ach, bei mir Hier, das sieht so Ey, Ronaldo ist so eine Ah, ja, Spaß Ich bin fix gar nicht, okay Nein Und ja Also wir haben auch häufig das Problem Wahrscheinlich, so wie es bis jetzt aussieht Und es ist Wahrscheinlich gelöst Jo, wahrscheinlich, oder? Okay, ins Cop 21 nachmache Hä, Spaß Ich habe es erfunden Der Turnier Ja, Turnier Das ist mies Alter, steht einfach immer noch 0-0 0-0 0-0 Das ist ja normalerweise überhaupt nicht normal gegen Bröse Da fühle ich mir, es ist immer schon 2-0 zu der Zeit Und Lionel Messi jetzt in Außenposition Nee, aber muss man ja sagen, was er wirklich übersetzt Ja, wow, mit Ronaldo Der vorstor geht und schließt und trifft Das sehen wir in den nächsten Parts Da werde ich ja dann andere Da wirst du und ich andere Mannschaften geben Und da sehen wir es ja dann Wie das Ganze wirklich aussieht Jetzt nur so im ersten Part So mal super duper Mannschaften Fuck du führst Fuck du führst Jetzt muss der Ball achten Ich seh den Ball auch nicht Weil der fucking auch rosa ist Und mein Trinko ist halt einfach auch Was war das denn jetzt wieder Ah, ich hasse es Wenn er mal viel besser machen Aber ein bisschen zu viel Geschwanz ist jetzt gerade Alter Boah, Alter Wenn das kein Foul Das ist kacke Ey, eben nur ziemlich Foul Nee, das haben wir ja Ball berührt Aber trotzdem Oh, ich habe ihn auch noch verletzt Jawoll Ja, falls ihr es noch nicht geblickt habt Wir sitzen nicht mehr ineinander Wie so tolle Menschen Ah ja, wir sitzen Ja, wir sind ja gerade bei uns in der WG Ja, auf jeden Fall Nee, ja, Brüssel ist gerade bei mir halt Damit wir halt zusammen aufnehmen Können Und ich habe ein Mikro mit Er hat nämlich keine PS4 Wieso? Hey, habe ich Ich habe drei Nicht schießen, nicht schießen Das war überhaupt ziemlich assi, ne? Unfair Play, Unfair Play Bestes Play Normal Ich glaube, das Publikum Hold Also, das ist Hold 5 Ich bin mir jetzt aber nicht sicher Ich bin mir jetzt aber nicht sicher Haben sie es echt gemacht? Ich glaube schon Meine Ahnung Weil wir haben den Ton ja nicht so gescheit an Weil Sonst würde der alles doppelt hören Ja, wir nehmen ja den Ton auf Und dann würde der gleichzeitig den Ton vom Fernseher ins Mikrofon hören Das wäre ja nicht so toll, ne? Dann kriegt ihr alle Ohrenkrebs Für unseren 4K-Fernseher natürlich, ne? So nicht groß Groß ist er schon, 40 Zoll, ne? Aber halt alt, ne? Von dem JVC Ist aber halt unser alter So, äh, unser alter Ich weiß gar nicht, ob er noch was herstellt Er steht jetzt im Keller Klar, stellen wir noch Boxen Und so, stellen wir schon noch her Geht er rein! Schönes Ding! Schönes Ding! Ich schwör, jetzt gebe ich Gas, Mann Ich hab, Alter Ich hab die letzten Wochen nicht einmal gegen André verloren Nicht einmal habe ich gegen André verloren Warte, hier sind Ronaldo, also ein Mann, Real Madrid Ja, aber mit denen eben habe ich noch nicht einmal verloren, Mann Mit was? Mit Real Madrid Ja, dann liegt ja bestimmt mit dir Komm schon Komm schon Alter, du bist Christian und Kind, versteht das schon? Der stellt sich einfach rein Ich glaube, es ist Christian und Kind Ist doch so Der blockt sein... Die Schufs vom eigenen Spielermann Was soll'n der Kack jetzt hier? Wie ist das? Christian und Kind, Alter Alter Warte, schöner Peter Hass doch, Erka, verdammte Banane, ey Ich zieh die Banane, ey Ich zieh die Banane, ey Oh, Mann Komm schon Alter Boah, ist richtig schön, Mann Ja, 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 Mann Oh Oh Gott, ein Glück Verkauf den Ein Glück, Alter Leck In den ersten FC Nürnberg natürlich Alter Verkackes Ich weiß nicht was grad los ist Wir haben auch schon zweimal gespielt Das liegt einfach daran, dass ich... Alter Ich hab doch einen Ball gewischt so was soll denn das ist ja krank wird dann was er hat er den krassen Zeitung machte danach das machen so nur weiter die Kackball ziel dieses krasse Fäuern Fakten Ehe was ist los mit mir gerade ich verstehe es die Garnese nicht der Name ist schon dreimal Spiel und jetzt einfach aus dem Paar scheißig ja ist so ich schwöre Alba jetzt nicht sauber Leck mich Am Sack Zückerli. Wie der immer schon vorher aufsteht. BITS! BITS! Was macht ihr? Oh shit, nein man, ich bin da einfach im Hütten. Oh geil. War das ein billiges Scheiß. Was macht der Tor? Das ist das Kacke. Das muss man nochmal angucken, wie gesagt. Alter schön. Ja, immer halt einmal Wiederholung. Guts. Und jetzt hier. Was macht der Tor? Ein schönes Glückstor einfach, man. Geil. Der war so ein schwacher Ball, war das. Das ist krass. Halt sein, mein Guder. Halt sein, mein Guder. Machen wir Verlängerung oder Elfmetisch schießen, falls es unbeschienen bleibt? Ich glaub, dass man nicht gewinnt. Ich glaub, der Mist ist ein Wichser. Röchern ist durch mit Petro. Alles klar. Schieß und treff. Der Ball rollt. Und der Torwart kriegt den nicht. Das war mir wirklich richtig komisch gewesen. Dann wär's ja... Alter, fuck. So was darf nicht passieren. Jetzt blockt er den Ball. Schau dir. Die fliegen alle so auf der Fall unnötig. Mann, das wird das für mich. Also wenn das keine gute Parade war... Ah, hätte ich früher gepasst, Mann. Alter, jetzt. Alter, jetzt. Lauf, Christian. Mann, du scheiß Blocker. Der Endbrocker, ne? Der Endbrocker, ne? Der Endbrocker, ne? Ja, da hat er richtig gut mitgespielt. Das nimmt man das... Christian, okay. Auch in dieser Situation hervorragend gemacht. Schöne Flanke, schöne Flanke. Fuck it. Kannst du das nicht? Nee, kann ich das nicht? Nee, kann ich das nicht? Nee, nee. Alter. Alter, fuck. Ich hasse Abwärmen so krass. Ja. Ja. Okay. Das ist die eine Runde, Alter. Oh, komm hin, komm hin! Ja, auf, Mann! Ja, das ist halt immer ultra mies, ne? Schöner Pass. Puuuunz! Ah, nee, ja, nee! Rup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup! Du kannst nicht 1-1, was? Du hast schon recht, du? Du hast schon recht, du! Ich habe gesagt, das ist gleich aber nichts. Oh, ach, was recht. Das hat sich schon geändert. Ja, lass das doch mit deinem Kwanze da, denn erreichst du nix. Außer an der Ecke. Alter, bin ich froh, dass die Elgato jetzt läuft. Ich hatte gerade so einen Schock. Ich hoffe halt einfach nur, dass es beim nächsten Mal, dass wenn ich die jetzt schließe und alles, einfach nur anschließen muss, dass alles immer noch funktioniert. Nicht, dass ich wieder irgendwie... Ich glaube, ich muss jetzt immer... Oh, die Einstellung... Die müssen alle liegen einfach am Boden. Die Einstellung mal speichern, die ich jetzt hatte. Gut angenommen, Cristiano, also Ballannahme 100, Mann. Ja, okay, der Spieler, ey, der kann das eigentlich echt nicht so schlecht, irgendwie. Oh, durch die Beine! Ey, was ist das für ein Tor? Das war im Ernst. Der kann ja gar nix. Alter, der ist so perfekt okay, Mann. Okay, jetzt spielen wir nicht wirklich anders die. Nee, das war in dem Durchsliebe. Guck dir das an! Durch, durch, einfach. Das war richtig ein Lappen, der Tor. Scheiße, Mann. Geile Kacke. Ey, am Anfang fühlst du noch so ultra krass, Mann. Ich muss immer in ein Spiel reinfinden. Fuck! Du Wichser, Alter. Ey, nicht drifft du? Oh, der blöde Mensch. Der hohoho! Solltest du sagen? Hohoho, fröhlich Weihnacht. Hohoho, blöde Mensch. Sprenn, 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 sprenn. Der ist so... Zack, zack, zack. Ich bin die Kratze. Zack. Ja, Mann. Prenz, Mann. Oh, der beste Spieler. Oh, der Christian. Gude, alter Christianu. Christianu. Ach, Mann. Ich bin immer sehr aggressiv. Bis zum Träger, der Bastard. Das war jetzt aber echt ein eigenes Verschulden. Leute, ich kann keinen anderen jubeln. Also, man wundert mal nicht. Mach einfach irgendwas, als sie... Oder mach einfach nichts. Ich kann auch oben, dass er hier diesen Businessman macht. Aber das war halt echt auch hundertprozentig ein Foul. Das sieht doch kein Schiedsdruck, dass er nur Ball berührt hat. Der kommt auf den Zug ran, du fliegst auf die Fresse. Und dann macht er noch ein Tor. Also, ein bisschen unlogisch. Also, jeder echte Schiedsrichter, also von zehn Schiedsrichtern, hat es abgepfiffen. Naja, vielleicht mal rum. Und Weitschuss. Boah, schade. Schade, schade. Banane. Banane. Was? Ab nach hinten damit. Ah, schade. Ah, gut gemacht, Messi. Der ist richtig schön, wenn der jetzt nicht durch die Beine wäre. Fuck, fuck, fuck. Jetzt hast du es einen guten Konter. Was war das? Also, das war ein paar Jahr, also des Jahres einbüchig. Ja, jedenfalls. Ah, fuck. Fuck. Ui, schönes Ding, Mann. Oh nein Gott, sind die Scheiße. Das wäre das jetzt nicht voll gewesen, wird einfach so vollkommen. Ja, volles Foul, ne? Ey, ey, ist ziemlich gekriegt. Wenn der Schliezerrichter sagt, es ist von Feuernmaß an uns. Sehr schön. Ey, was ist... Wuuu, lauf! Ich bin doch, Alter, ich bin fast an die Decke. Das hätt' weh getan, Alter. Das glaub ich dir. Nein, no, Frikadellbrötchen. Ja, das war Vorteil. Fuck, ich hätt' mich hingen sollen. Nein, aber hätt' ihn ausgespielt. EG3, oder? Alter, wenn du das mal... Digga, mach halt, Mann. Wenn du den letzten Tor machst, und wir haben das auf Aufnahme, das war sautschig. Ja, das beste Flanke. Flanke! Flanke! Für mich bei Ronaldo wäre okay bei uns geworden. Ist ja nicht okay. Das war ja der schlechteste Spiel ist ja, ne? Ja, ja, 99, das ist ja so. Echt nicht gut, Mann. Ja, aber nur ein Team of the Year. Ja, und? Ich hab den. Boah! Der ist ein schönes Ding, André! Leck mich am Arsch, Alter! Richtig nice! Richtig nice, bitch! What a nice day! What a nice goal, bitch! What a nice goal, bitch! Boah! Der war echt schön, Mann. Das Torland ist richtig enttäuscht. Ich hab ihn in den Lappen. Ja, gut, aber da ist der, der... Der hat Leo kassiert. Guck, der ist enttäuscht. Ja, ne, der war glücklich und zufrieden, wie immer. Alter! Ey! Das ist ja wirklich mal das Anbieter, den weggeschubst hat! Einfach mal. Geil. Ah, der hätte ich hochspielen sollen. Fuck. Fuck it! Mhm. Okay. Und Rückpass zum eigenen Torhüter. Wuhu! Wow! Ich bin der Baba! Ich drehe mich immer den Gegner an. Wuhu! Wuhu! Ich bin der Baba! Ui, ja, das war dumm. Ich drehe mich immer den Gegner an. Ein richtiger Baba. Bist die Antoine. Ja, Mann, Mama. Ich schwöre, Alter. Gute Übersicht! Im richtigen Moment ist er... So, und jetzt hier mit vor, damit, mit dem Ding. Und jetzt rennt er. Jetzt rennt er, der Christian. Jetzt hat er's verkackt, der Christian. Aber der Ball ist, der Ball ist noch gut. Der Ball ist noch gut, du. Meine Damen und Herren, das kann, das wird, das kann und wird ein... Elf! Elf! Stoß! Elf Stoß! Elf Stoß! Elf Stoß! Ja, ich hab dazu schlecht gesehen. Meine Damen und Herren! Ja! Ich hab, äh, hier eindeutig, boah, aber von der Position! Ey, das ist doch so kacke, die Position, ne? Den mach ich niemals, den mach ich nicht. Ne. Boah! Aber der wär, ja. Der wär zumindest aufs Tor gekommen. Aber ich bin ja eh, wie gesagt, eigentlich FIFA-Anfänger, deswegen bin ich ja nicht so Mörder-mäßig drin. Klar, wir sind die Besten in FIFA. Ah, schade. Uff! Und lieber, blöd. Ja, und, der weiß die noch nicht. Ja, und, der weiß die noch nicht. Okay. Okay. Oh Gott! Oh Gott! Der ist voll weit weg, Alter! Oha, Mann! Oha, war das Scheiße! Leck mich doch am Zuck, Goli! Jetzt aber! Jetzt aber! Nein! Nein! Was ist denn los mit dir? Nein! Es liegt dir auf dem Boden, der Spaß! Das geht's doch nicht. Jetzt ist irgendwann, jetzt ist es überhaupt nicht. Bitte, 5-Up, 5-Up, jetzt ab! Falt genau jetzt ab! Tja, für sowas sagt er... Boah! Ne, 4-3, also ist das was! Jetzt fäuft der ab! Kannst du dich jetzt mal hinsetzen? Du stehst grad die ganze Zeit! Ja, und deswegen steh ich mal! Kann man nicht übersetzen mal! So, meine Damen und Herren, ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen, hat es uns auf alle Fälle ultra Spaß gemacht! Ja, ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht und wenn ihr das Ganze mit einem Daumen hoch bewertet und alles, dann werden wir das auch ganz sicher weiterbringen! Und wenn es jetzt 20 Daumen nach unten hat, wissen wir, das gefällt euch nicht! Das wäre sehr schade! Ja, dann müssen wir es auf jeden Fall weiterbringen! 170 Euro umsonst ausgegeben! Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Minecraft Fever 15! oder... Call of Duty! Und wir uns auf dem nächsten Minecraft Fever 15! Wenn ich das mal mache! Tschüss und auf Wiedersehen!